So. Ähm, jo. Hat irgendwie, wie gesagt, Windmühle Vogelhaus. Haben alles so größtenteils abgeschlossen. Ähm. Diesen Zeitriss finde ich einfach nicht. Und diesen Zeitriss, der wird auch noch interessant. Da wo es... Ah, der ist bei der Dämmerungsglocke. Das weiß ich. Ähm. Den Zeitriss kriege ich hin. Die Frage ist, wo finde ich denn diesen Katzenzeitriss? Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Nikodorf. Ähm. Das muss irgendwo bei den Katzen sein. Komm, ich mache erstmal die Dämmerungsglocke. Da spawn ich direkt. Das ist super. Kleine immer noch in schwarz-weiß. Und die Zeit bleibt stehen. Zeitriss, die Dämmerungsglocke. Oha. Ich glaube, dass... Oh, das wird ein Spaß. Das wird... Wird ein Spaß. Ich glaube, hier ist der Zeitstopp-Hut eigentlich sehr geil. Aber bis jetzt geht's noch. Ich dachte, das wäre schlimmer. Klappt das? Ja, das klappt super. Boah. Boah. Boah, ist das mies. Ist das mies. Wie soll ich denn das schaffen? Boah, ist das gemein. Nee, das schaffe ich so nicht. Alter, ist das gemein. Ist das gemein. Boah. Nee. Das kriege ich so nicht hin. Ich glaube, ich muss das Ding unten einfach anmachen. Boah. Ist das... Nee, da muss ich nochmal zurück. Nein! Boah, diese blöden Ziegen, ey. Boah. Soch, da muss ich halt nicht so tun? Dann noch mal das Wasserp-Din. Okay. Sü-Din. 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 Ah, ist der aufgetaucht? War der vorher nicht da? Oh, Mist. Ja, schön, dass ich das da unten hinkriege, aber wie kriege ich denn das da oben hin? Wann mal, vielleicht kann ich da irgendwie... Nee, das bringt nichts. Schade. Schade. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich bin da komplett überfragt. Ich bin da komplett überfragt. Ich glaube, ich muss es irgendwie schaffen, die Glocke da unten zu aktivieren, ohne zu sterben und dann so schnell wie möglich da hochzukommen. Nein! Wie soll man das denn... Kann man das mal bitte jemand... Warte mal, warte mal, warte mal. Vielleicht... Ich muss auf jeden Fall hier nochmal runter. Boah, ist das ein schwieriger Zeitriss. Bin ja, was das angeht, jetzt echt eigentlich schon nicht schlecht. Aber gerade bin ich entweder gerade extrem schlecht oder das ist extrem schwer gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob das so stimmt. Okay, das Ding habe ich auf jeden Fall frei. Die Frage ist, was bringt es mir? Okay, die muss ich noch einmal aktivieren. Ah, die kann ich auch so nicht aktivieren, ne? Das kann ich nur von der anderen Seite. Nee, das klappt so nicht. Boah, war das knapp. Okay, jetzt die da. Und jetzt so schnell wie möglich hier hoch. Das ist das Einzige, wie ich mir das so vorstellen kann. Nein! Habe ich nicht den... Hutmacher verringert. Die Abklingzeit von Hüten ist beides eigentlich geil. Mist. Ah, das könnte aber hinkommen. Das könnte ich hinkriegen. Das könnte ich hinkriegen. Tut mir leid, wenn das jetzt gerade so ein bisschen nervtötend ist. Aber das ist nicht unmöglich. Ich will es probieren. Wieso? Ach, Mist. Wieso haut denn die Kleine da nicht durch? Oh, super, ich habe es geschafft. Und jetzt bloß... Oh, super. So, was kriege ich denn hier? Ähm, das Rad stoppen. Neuer Remix. Interessiert mich nicht. Nein! Zurück. Ein seltener... Ach, blöd. Arktische Kreuz... Ach du Scheiße, es wird ja ein Spaß. Ich habe ja die ganzen DLCs. Ha, 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 ha. Mist. Gut. Ähm. Joa. Ich bin aber immer noch auf der Suche nach diesem komischen Dingsbums. Uuuh. Katzendorf. Das Vogelhaus. Ne, eigentlich müsste ich woanders dahin. Tu, was immer du willst. Freier Modus. Ich will endlich dieses Gedönster finden. Mit diesem blöden Katzendorf. Nichts gegen Katzen, aber irgendwie... Muss ich gestehen, so richtig geil finde ich es jetzt nicht. Dass ich es halt nicht finde. So, nochmal ein bisschen Späzi-Mäzi. Äh, bbbbbbm. Ja, ne, die Hässe... Das kann man so lassen. Ähm. Ne, ich will lieber... Ja, das Haarbändchen kann man so lassen. Ja. Wie habe ich denn das jetzt geschafft? Ich könnte es hier mal probieren. Da war ich noch nicht. Vielleicht finde ich da ja irgendwas, was ich allerdings nicht glaube. Das muss irgendwo beim Blauen sein. Da hinten. Das sieht für mich so danach aus. Dann gehe ich auch gleich wieder zurück. Ich möchte dieses... Diesen Zeitriff... THEREIS Finden. Dim dum 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 dum... DING 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 I DING 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 Ich brauche den anderen Anstecker, ähm.... Magnetanstecker. Durch den Vulkan! Oh, das ist eigentlich in der Folge... Das wäre natürlich eine richtig coole Achterbahn. So, ich muss zum Blauen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich hier zum Blauen muss. Die Frage ist, links oder rechts? Weil der Zeit ist, hat ja auch hier blaue Windmühle. Ich glaube, da hätte ich rechts lang gemusst. Das war zu weit. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Irgendwo unterhalb der blauen Windmühle. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier auf der linken Seite irgendwo ist. Habt ihr gerade gesehen? Kurz. Ähm, ja. Ich finde die Map cool. Die Map ist richtig genial. Schön gemacht. Doch. Genau, richtig. Ich meine hier... Oh, noch Bombs für die Kleine. Super. Ich hab eher gedacht, hier vielleicht... Aber da komm ich ja nicht hin. Vielleicht... noch nicht. Ich guck einfach mal. Gibt's hier noch ne Windmühle da oben vielleicht? Also da muss ne Windmühle in der Nähe zu sehen sein. Ich war hier schon. Ich weiß das. Aber... Das Foto zeigt wirklich nach da. Also von daher kann das eigentlich nur hier in der Nähe sein. Ein blauer Hintergrund, ein blauer Himmel. Aber auf der anderen Seite auch mit Katzenaugen. Also... Ja, ist gut, Kleines. Oh. So, das kriegen wir hin. Ja, da könnten wir theoretisch auch lang, aber... Nee, muss nicht sein. Nee, von da kam ich. Boah, Leute. Ich bin wahrscheinlich schon dreimal dran vorbeigelaufen. Und die Leute denken sich... Oh, Graf, du Idiot. Ähm. Ich würde ja sagen da, aber das bringt nix. Das... Da ist nichts. Das bedeutet... Komme ich da irgendwie lang von dort da rüber? Ich glaube es nicht. Kann ich irgendwo von hier so ein bisschen tricksen? Nein. Okay, dann muss ich hier lang gehen. Ja, ich weiß. Manche von den Stufen sind nicht gerade lecker. Okay, das ist nur eine Sicherheit. Falls ich nochmal hier lang muss. Böse Vögel. Böse. Böse Vögel. Böse, böse. So. Hier oben habe ich noch nicht nachgeguckt. Aber ich... Glaube nicht. Wahrscheinlich total auf dem Holzweg. Weil es hier überhaupt keine Katzen gibt. Hier gibt es nur Herzchen. Die brauche ich nicht. So. Und jetzt hier hoch. Und jetzt da hoch. Oh je. Nee, hier geht es nur zum Horn. Das Horn habe ich schon gepustet. Ja. Und jetzt wieder den Kuhnhut aufsetzen. Eishut. Boing. 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 Okay. Ähm. Ist das überhaupt schon freigeschaltet? Normalerweise schon. Es kann auch ein Bug sein. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich meine da hinten. In diesem Katzendorf. Ja, die Windmühle interessiert mich gerade gar nicht. Entschuldigung. Ich möchte in dieses Nikodorf nochmal. So, du bist lieb, ne? Super. Ich muss in dieses Katzendorf. Nicht hier hin. Da hin. Und dafür muss ich hier hoch. Um da hoch zu kommen, muss ich irgendwie hier lang. Oder ich gehe da lang. Dafür muss ich da rüber. Boah. Hier, Leute. Musst der Elch noch abplanen. Ich probiere es mal hier auf der rechten Seite. Ne, links. Links, links, links. Wenn das überhaupt stimmt. Ich glaube allerdings nicht. Das muss ich mal überlegen. Um da hoch zu kommen. Ne, das muss von da aus gehen. Ne, das muss von der Seite aus gehen. Ich fliege hier viel zu weit. Oder komme ich da nur zurück? Komme ich da nur zurück? Weil so richtig komme ich hier nicht hoch, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ja, ja, sei sicher, dass du in der richtigen Lage schwingst. Das kann nicht sein. Da bin ich hier falsch. Das muss hier auf der linken Seite, glaube ich, sein. Ich kann mich auch nicht umsehen, weißt du. Mal nicht so nach links gucken oder so. Ich muss da irgendwie hochkommen. Das muss irgendwie gehen. Ah, doch. Ja, ich vollidiot. Das hätte ich doch eben schon verkackt. Ja, das Vogelhaus interessiert mich gerade nicht. Ich hasse sowas. Also, ich bin mir eigentlich sehr, sehr sicher, dass es, wenn überhaupt, hier irgendwo sein muss. Dieses komische Häuschen. Da muss man irgendwo eine Windmühle sehen. Oder wirklich... Ah, doch. Darüber, stimmt. Das war's, ja. Ich meine, hier gibt's ja nicht allzu viele Häuser. So, ich hab immer noch viel Leben. Das ist gut. Oh! Alter, hier bin ich ja sehr unwillkommen. Dabei kann ich das gar nicht verstehen. Die Kleine ist doch so total lieb. Diese bösen Katzen. Mistgas kaufen und von ihren Augen wegschmeißen. Na, komm her. Ach. Ja, ja, ja. Klar, natürlich drei auf einmal. Ach. Naja, zum Glück sind hier noch zwei Herzen. Und ich hab nur noch... Ah, hier sind noch mehr Herzen. Okay. Mit der einen Katze komm ich schon klar. Ja, die sind mir gerade Schnuppe. Hier muss irgendwo ein Haus sein, wo man eine Windmühle sehen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da drüben irgendwo ist. Das bedeutet, ich muss hier hin. Ich hab... Ich weiß, ich hab das schon mal angeguckt, aber ich guck das jetzt noch mal genau nach. Weil ich glaube ich der Meinung bin, dass ich vielleicht irgendwo was übersehen habe. Ach ja, komm. Jetzt übertreibt es aber extrem. Also wenn es hier nicht ist, dann hab ich echt keine Ahnung, wo dieser... Man sieht halt auch nichts. Irgendwo, wo es hoch geht. Und wo man eine Windmühle sieht. Hier ist eine Windmühle, die sieht man. Aber es ist glaube ich nicht die richtige. Da drüben, das Ding, ist es auch nicht. Wo könnte es denn noch sein? Irgendwo, wo es bläulich ist, wo man was bläuliches sieht. Da hinten wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber da gibt es keine Katzenhäuser. Ne, wenn, dann müsste es ja doch hier oder da drüben sein. Aber da drüben ist nicht so viel blau. Eine blaue Windmühle. Ich such mal nach einer blauen Windmühle. Da könnte es sein. Ich glaube es zwar nicht, aber man weiß es nie. Also hier ist es garantiert nicht. Ah, dieses Level. Ich habe in keinem Level so viel Zeit verplempert wie hier. Vogelpassabzweigung. Vielleicht da oben, aber da ist keine Windmühle. Blaue Windmühle, wenn dann nur in diese Richtung. Geronimo! Die Kleine hat einen Todeswunsch. Ne, Quatsch, hat sie nicht. So. So, hier noch ein Herzchen. Die Vögel haben, okay. Jetzt hier wieder der coole Katzenhut, der Waschbeerhut. Okay, irgendwo wo es ein Katzenhaus gibt. Zeitgleich mit einer Windmühle. Da nicht. Definitiv nicht. Ich könnte es natürlich da hinten probieren. Das wäre auch eine Option. Die Frage ist, wie komme ich da hin? Links oder rechts? Kommen wir erstmal links. Gucken wir mal, ob es da vielleicht was gibt. Ja, das könnte sogar hinkommen. Das sieht doch ganz gut aus. Obwohl, hier beim gelben wäre natürlich auch möglich. Die Frage ist, wie komme ich denn da hin? Da ist es. Da hinten. Ich habe es gefunden. Ah, von der Windmühle aus. Okay. Kann ich mich drehen? Ja. So. Den lasse ich mal in Ruhe. Ich habe es gefunden. Ich weiß, wo ich lang muss. Ja, ich glaube, du hast Anice gehört. Ich weiß, wo es ist. Das ist natürlich ekelhaft, aber... Ringelschwanzhornfahrt. Na, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier waren wir noch nicht. Und das sieht auch nach Nikodorf aus. Super, ich habe es gefunden. Oh, ihr elenden, typischen Katzen, ihr. Olle, Schabragge. Ich habe sie ja lieb, aber wenn sie mich bestehlen, dann ist das was anderes. Man muss sich ja verteidigen dürfen. So, hier hoch. Und dann nach da oben. Genau, hier sind wir richtig. Oh, mein Hütchen. Ey. Mein Hütchen. Aua. Aber mir sehen die Kleinen selten ohne Hut. Also, machen wir doch mal einen Screenshot. klaut der einfach mal ein Hütchen. Ich glaube, es geht los. Ich meine, die Kleine hat genug Hüte, aber trotzdem. Meine Hüte. Also, sind die Hüte der Kleinen. Da hören wir es doch schon. Super, ich habe es endlich gefunden. Oha. 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 Ähm. Okay. Oh. Alter. Ich habe wieder diesen Bug. Bug, die Bug. Glitchi, Glitch, 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 Glitch. Oh nein. Oh, diese Katzen, ey. Die sind so schon mies. Also, die sind echt die miesesten Gegner überhaupt, finde ich. Das sage ich jetzt. Nicht, weil es Katzen sind, sondern weil es einfach unsichtbar sind und dich noch wegbashen. Da steht er doch schon. Und gerade hier, ey, gerade hier, das ist so mies. Ist das mies. so, schnell kannst du teilweise gar nicht reagieren. Oh, Checkpoint. Ich will gar nicht wissen, wie viele Katzen hier noch rumeiern. Erstmal die zwei Herzchen angeln. Ja, es war so klar. Ja, komm, wie viele noch? Irgendwann muss es doch mal gut sein damit. Aber hier gibt es sonst nichts. Aus irgendeinem Grund ist es jetzt gerade voll leise geworden. Aber die Musik ist toll. Gut, dann hole ich mir hier noch ein Herzchen. Eins, bitte. Oh, also es war nicht so schwer wie das letzte, aber es war asozial. Neue Farbe. Oh ja, das nehme ich. Gleich auswählen. Dann hat die Kleine auch wieder was Frisches an. Das ist super. Und ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Bin nicht echt mal. Bin nicht echt mal. Juppa di und juppa do. Ja, ich weiß, wir können das jetzt öffnen. Oh, das ist auch cool. Das passt irgendwie, finde ich. Ich gucke mal, ob ich zum Vogelhaus muss. Ich habe so das Gefühl, dass ich da nochmal hin muss. Weil irgendwie fehlt das Finale. Aber ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Das Zeitstück habe ich doch schon. Genau, dann bin ich nochmal zurück zum Hub. Ich glaube nämlich, ich weiß, wo ich lang muss. So, hier lang. Freier Modus. Und dann zu dem Vulkanberg hin. Ich nehme an, dass da noch irgendwas fehlt. Und dann gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Ja, ich mache die Parts ruhig ein bisschen länger. Tut jetzt nicht weh. Dann kann ich auch zwischendurch mal eine Premiere machen. Warum eigentlich nicht? So, aber ich möchte auch nicht schlecht. Das ist eine coole Fahrtgebung. Ja, das passt. Das ist okay. Das ist auch cool. Das ist klassisch. Oh, ich mag das. So, ähm, da wo es Feuer gibt. Ja, ich weiß, dass du mich zum Vogelhaus schickst. Bringt aber nix, weil ich glaube, dass ich eher zum Feuerwerk muss. Da lang. Wieso bist du denn? Bin ich blöd? Bin ich blöd abgesprungen? Mir wollen der Kleinen jetzt keine Vorwürfe machen. Das macht die super. Hier glänzt es nämlich noch. Und ich glaube, das war es dann auch. Dann müssen wir den ein oder anderen Boss nochmal besiegen. Nein, ich habe linksbogens verkackt. Ein paar Pons habe ich nicht gekriegt. Macht aber nix. rechts ist es sogar noch heißer. Warum machst du denn nicht so einen Doppelsprung, Mädchen? Das wird ein Spaß hier mit den Spinnen. Boah, was ein Sprung. Ähm, warum komme ich hier wieder zurück? Ich muss woanders da lang. Ich muss auf die andere Seite. Muss ich halt nur gut aufpassen. Ja, komm schon. Oh, super. Die Kleine sind super Spinnenjägerin. gut, zum Lava-Gate. Jo, einfach mal so fett schnell den Berg hoch geeiert. Not bad. Ja, wenn es hier so ein Lava-Gate ist, dann macht es keinen Sinn. Oh, Kamera. Das war jetzt gerade mies. Nein, ich will dieses Herz eigentlich nicht einsammeln. Ich finde es schade, dass man die Herzen trotzdem einsammelt, obwohl man sie nicht braucht. Das wäre cool, wenn die nur eingesammelt werden, wenn man sie braucht. Aber na gut, man kann nicht alles haben. So, Elbe, Schmalzglocke. Ihr seid nicht deut. Der hat mich jetzt gar nicht angegriffen. Warum? Ich glaube, die haben gerade ganz andere Probleme. Jetzt ging es aber ab, du. Will ich da hin? Ich habe es mir gerade überlegt, Leute. Ich will da nicht hin. Ich muss ja leider. Aua! Aua, das hat doch weh getan. Böser Waschbär. Warum verfolgen die mich? keiner mehr. Das war knapp. Vorsichtig, Mädchen. Die grinst sich da einfach ein ab. Das like normal day. Warte mal, komme ich da hin? Ich will mal was probieren. Nee. Ich will mal gucken, ob ich irgendwie da links hinkomme. Aber wahrscheinlich schon über das Haus. warte mal, ich muss doch da... Ich glaube, wenn ich es richtig time, warum kannst du nicht auf diesem Kreuz... Warum kannst du nicht hier... so ein Himmelskreuz für die Richt... für die Dingsbums... für die Richtungen. Da muss ich mal aufpassen. Nein! Ach, Mist. Das ist eklig. Ich will da nämlich hoch. Wenn ich da noch einmal runterfalle, dann war es das. Machen die Flammen mir was? Ich hoffe doch nicht. Ich müsste eigentlich auf dieses Kreuz kommen. Und dann müsste ich eigentlich hier hochkommen und dann... Boah! Nein! Nein! Wieso? Oh, ist das mies. Ist das gemein. Keine Angst, Mädchen, das kriegen wir schon hin. Wir kriegen das hin. Bin jetzt wieder hier. Das ist soweit gut. Oh, Mädchen, lass mich nicht hängen. Ich vertraue dir voll und ganz. Sind natürlich die Gegner wieder da. macht aber nix. Die können mich gerne können mich mal gern haben. So, jetzt aber... So, Sascha hat mal wieder mehr Glück als Verstand. Äh, der Graf Wallner, Entschuldigung. Okay. Okay, ja gut, das hält sich in Grenzen. Ich habe jetzt einen Garn. Die Frage ist... Glutgipfel abgeschlossen. Ähm, das ist jetzt die Frage, muss ich da hin? Brauche ich diesen Garn überhaupt noch? Will ich hier rüber? Ja, ich muss hier rüber. Oder ist das das Finale? Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall schon ganz cool aus, aber ich glaube, das wird ein echter Abfuck. Boah. Lavakuchen. Cool. Lavakuchen. Ja, geil. Schön. Das gibt es aber beim nächsten Mal, Leute. Entschuldigt. Macht's gut. Bye, bye. Hallo? Ich habe gesagt, bye, bye, Mädchen. Goodbye. 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 Bye. Bye.